Hey Grace Family Church und Life Church. Ganz ungewohntes Bild heute. Wir sind bei mir hier im Office. Ihr seht ganz viele Bücher, Studienbücher und und und. So das übliche, was in ein Pastoren-Office, in ein Pastorenbüro gehört. Und zwar, wir haben leider die Tagesandacht von heute verloren. Wir haben diese nämlich letzte Woche aufgenommen und ich habe gemerkt heute Morgen, ich habe meine Tagesandacht nicht mehr. Irgendwo ging sie mir verloren und deswegen sind wir gleich aus dem Studio, denn wir wollen ja in den Geistesgaben weitermachen. Das ist auch der Grund, weswegen meine liebe Frau jetzt für heute ausnahmsweise nicht hier ist. Morgen ist sie dann wieder da und weil wir wollen ja über die Geistesgaben reden und vor allem über die Gabe der Wunderwirkung. Die Gabe der Wunderwirkung, die ist nämlich heute an der Reihe. Diese Gabe gehört in die Kraftgruppe. Also die Kraftgruppe, das ist eine ganz, ganz wichtige Gruppe und dort gehört Wunderwirkung hinein. Und ich lese jetzt ganz kurz vor als Definition, was Wunderwirkung ist. Und zwar Wunderwirkungen, das ist ein übernatürliches Eingreifen in die zeitweilige Ordnung. Also Wunder greifen in die zeitweilige Ordnung ein. Und zwar sie sind übernatürlich in ihrem Wirken. Also manchmal hebeln sie sogar Naturgesetze aus, nicht weil sie eben einfach anders sind als Naturgesetze, sondern weil Wunder stehen über Naturgesetze. Gottes Wunder, Gottes Kraft steht immer über den Naturgesetzen. Und so ist es einfach, dass wir anhand des Alten Testaments finden wir mehr Wunderwirkungen als jetzt gleich im Neuen Testament. Und das hat einen Grund. Es gibt Zeitphasen und Zeitperioden, wo wir, und das ist eben das Alte Testament, wo wir mehr Wunderwirkungen sehen, weil durch die Wunderwirkungen hat Gott eben auch sein Volk gezüchtigt. Er hat es erzogen. Stellt euch vor, in der Wüste und auch in der Wüstenwanderung, 40 Jahre lang, wo das Volk Israel in der Wüste wanderte, da sahen sie jeden Tag die Wunder Gottes. Sie sahen jeden Tag die Versorgung Gottes, aber das galt eben auch ihrer Erziehung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen unter dem Neuen Testament und dem Neuen Bund erzieht uns Gott mit seiner Gnade. Also, wir sehen eigentlich im Alten Testament mehr eine Zuschaustellung von Gottes Kraft und von Gottes Wunderwirkungen, wo wir gegenüber dem Neuen Testament mehr eine Zuschaustellung von Gottes Barmherzigkeit sehen, von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Deswegen, eine der verschiedenen Funktionen der Wunderwirkungen war eben im Alten Testament das Volk zu erziehen. Heute erzieht uns Gnade und wir sehen eigentlich heute mehr Heilungen. Und Heilungen ist ja auch, eben die Gabe der Heilungen gehört in die Kraftgruppe hinein. Also unter dem Neuen Testament sehen wir dann wieder vermehrt Heilungen. Im Alten Testament sehen wir dann vermehrt Wunder. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil viele Christen fragen sich, wo sind denn all die Wunder heute? Wir sehen ja all die Wunder gar nicht mehr, die wir in der Bibel sehen. Und warum redet ihr immer über Wunder? Der Schlüssel liegt eben darin, in der Periode des Alten Testaments war das mehr wirksam als in der Periode des Neuen Testaments. So wie zum Beispiel eben die Zungenrede gar nicht sichtbar war, diese Gabe im Alten Testament, ist sie ausschliesslich sichtbar unter der Dispensation der Gnade, das Sprachengebet. Also so gibt es eben Unterschiede. Hier machen viele den Fehler, viele Ausleger machen hier den Fehler und sagen, diese Geistesgaben haben aufgehört, weil wir sie nicht mehr so viel sehen. Nein, man muss sie nur richtig ordnen und sortieren. Warum sehen wir zum Beispiel gewisse Gaben mehr in anderen Zeitphasen als zum Beispiel heute? Man muss es richtig einordnen und dann kommt man eben zum Schluss. Die Geistesgaben haben nie aufgehört, aber sie wirken in den verschiedenen Dispensationen, also Zeitaltern unterschiedlich. Und so kommt man zum biblischen Schluss. Und der biblische Schluss ist immer, der Heilige Geist ist da, er dient uns mit den Gaben, er möchte uns benutzen in den Gaben, aber wir können auch so unterscheiden. Also Wunderwirkungen gibt es natürlich auch im Neuen Testament. Und ein Wunder ist, wie gesagt, immer ein sogenanntes Miracle, ein Eingreifen und ein Aufheben der zeitweiligen Ordnung oder eben Naturgesetze. Und können wir Wunder erwarten? Sollen wir Wunder erwarten? Absolut, absolut. So sollen wir leben. Gott ist ein wunderwirkender Gott und so sollen wir leben. Wir sagen halt einfach oftmals, wenn wir eine Heilung zum Beispiel erleben, wow, ich habe ein Wunder erlebt, aber eigentlich ist es eben die Gabe der Heilung. Um es ganz genau anhand den Geistesgaben zu sortieren, ist es dann oftmals eine Heilung. Und für uns fühlt es sich an wie, wow, was für ein Wunder. Und that's okay. Ich meine, wichtig ist, dass wir empfangen können. Und darum ist die Reihenfolge so wichtig. Worteweisheit, Worterkenntnis und dann besonderer Glaube. Also wenn wir ein Wort der Weisheit von Gott hören über eine Person, dann erzeugt das Glaube, um empfangen zu können. Und dann können wir unser Wunder eben empfangen. Sei es eine Heilung, sei es sonst eben ein Wunder, dann können wir empfangen. Und das glauben wir auch. Und wir strecken uns danach aus. Aber wir verstehen auch, weswegen Wunder nicht jetzt immer so toll oft sichtbar sind, wie wir es zum Beispiel im Alten Testament eben sehen. Genau. So, das ist ganz wichtig, um das richtig zu sortieren und richtig einzuordnen. Und ich sage einfach, hey, glaube an dein Wunder. Hoffe für dein Wunder. Streck dich aus nach deinem Wunder. Gott hat nie aufgehört, Wunder zu wirken. Und schon das Zungenreden in sich selber ist wie ein Wunder für uns. Erfreue dich einfach am mächtigen Wirken Gottes und du wirst jeden Tag neu gesegnet. Denn der Herr mag es, wenn wir ihn erwarten. Preis dem Herrn. Halleluja. Hey, ich habe nicht mal das Abendmahl heute dabei, weil so spontan musste ich mich entscheiden, dass wir einfach schnell jetzt diese Tagesandacht aufnehmen, weil wie gesagt, die alte von letzter Woche für heute ist verloren gegangen. Aber anyway, ihr könnt das Abendmahl natürlich auch selber nehmen, ohne mich. Und deswegen wünsche ich euch einfach einen tollen Tag, auch von meiner lieben Frau Susanne. Und sie lässt euch grüssen. Ich glaube, sie ist gerade jetzt am Kochen. Und ich finde es noch irgendwie cool hier in meinem Office. Wir können, glaube ich, mehr auch spontan mal wieder sowas machen. Einfach senden aus dem Office. Siehst du, all die Fruchtenbaum-Bücher, alle Joseph-Prince-Bücher sind da. Ja, hier ist das. Hier wird gekocht. Amen. Damit ihr am Sonntag und unter der Woche essen könnt. Praise the Lord. Amen. So, ich wünsche euch einen tollen Tag. Schön wart ihr dabei. Bis bald. Tschüss.